Die Erfolgsgeschichte geht weiter. 2006 eröffnete das erste Sonnenklar-TV-Reisebüro in München. Weitere folgten und das einzigartige Reisebüro-Konzept expandiert seitdem mit großem Erfolg. Mittlerweile gibt es zahlreiche bundesweite Reisebüropartner in ganz Deutschland. Besuchen Sie uns doch auch mal in unseren modernen Reisebüros und lassen Sie sich begeistern von persönlicher Beratung und Expertenwissen. Freuen Sie sich auf eine einmalige Vielfalt an Informationen und günstigen Reisen in einem außergewöhnlichen Ambiente. Moderne multimediale Technik gepaart mit Erfahrung und Kompetenz der Mitarbeiter garantieren perfekten Service. Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Patricia Richter und wir haben für Sie im Herzen von Chemnitz ein Sonnenklar-Reisebüro eröffnet. Sie finden uns auf der Theaterstraße 46 schräg vom Brasil Café. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und würden Sie gern kompetent beraten. Schauen Sie bei uns vorbei. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bei uns bei uns bei uns bei uns bei uns bei uns. Untertitelung des ZDF, 2020